Das klassische Konditionieren hat man heute benutzt in den Medien. Und du merkst selber, du merkst selber, subhanallah. Wenn ich jetzt ein Wort sage, bitte, ihr alle, die mich anschauen oder die mich zuhören. Wenn ich Terror sage, Terroranschlag, Bombe, Attentat, bitte seid ehrlich, glaubt ihr sofort oder denkt ihr nicht sofort an Islamisten oder an Muslime, die etwas gemacht haben? Und das war so. Vor ein paar Jahren gab es auch ein Attentat in Münster, denke ich. Und jemand hat das gemacht. Da hat man gesagt, ja, die Islamisten und die Islamisten und die Islamisten. Und da hat man das mit uns gemacht. Das bedeutet Terror, Bomben, Attentate, Islam, Muslime. Terror, Bomben, Attentate, Islam, Muslime. Heute, wenn du nur sagst Terror, Bomben, dann denken die Leute sofort an Islam. Und das ist der Plan. Wie kann man das schaffen? Indem man von den Muslimen Leute sozusagen in Muslimen pflanzt. Und die machen das. Und am Ende sagen, schau mal, die Muslime. Und das ist wie Jesus oder andere Gruppierungen, die wir sagen uns los von ihren Taten, Gräueltaten. Und von ihnen. Das war's für heute. إذا قلت لكم الآن عملية إرهابية تفجير قنبلة في باص خطف طائرة مباشرة ماذا يأتي في رأسكم الإسلام والمسلمين وكثير مننا نقول يا رب لكم مننا يا رب لكم مننا ويا أخو بارك الله فيكم في كان عاملين في هناك كان مسلسلين واحد اسمه بريزن بريك والتاني اسمه هاوستس كيلتس واحد في المخابرات لما مستضعات تفعل شيء شو قالت؟ قال له جيبوا شيء واحد وقولوا هذا إسلامي عمل عملية انتحارية عمل عملية إرهابية مشان الناس ما تفكر نفس الشيء اليوم يجري معنا فلذلك أمثال داعش أمثال داعش بارك الله فيكم ليه إيزيس أمثال داعش وهؤلاء هؤلاء يا أخوة صنيعة مخابراتية صنيعة مخابراتية وليسوا مسلمين ونحن نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أعماله ومنهم